hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch eine einfache möglichkeit zeigen die installierte spiele von einer festplatte auf die andere zu verschieben beispielsweise von unserer system partition auf eine andere zweite festplatte oder sonst von irgendeiner festplatte auf eine andere eben es funktioniert natürlich auch mit anderen apps nicht nur mit spiele da gibt es natürlich viele möglichkeiten wir können das manuell machen es ist natürlich ein bisschen sehr mühsam je nachdem wie viele spiele wir haben allerdings gibt es da natürlich auch jede menge programme die den umzug für uns übernehmen ich zeige euch jetzt meins davon was kostenlos ist beziehungsweise gibt es natürlich auch hier eine pro version die ein paar euro kostet und die ein bisschen mehr kann jedoch reicht für uns hier für die kostenfreie version aus das tool heißt to do pc trans von is als ich habe das schon heruntergeladen und installiert das geht schnell und einfach ja die ganz normale windows installation routine halt und starte das jetzt einfach mal als administrator bestätigen zack und genau das fenster können wir jetzt mal weg klicken hier genau das tool das kann ein bisschen mehr wir bleiben jetzt hier aber erstmal nur bei unserer umzugfunktion hier was für uns jetzt interessant ist und zwar haben wir hier auf der linken seite das menü hier klicken wir einfach auf lokale übertragung sagt dann auf start das später genau einfach weg klicken und hier auf der linken seite haben wir unsere laufwerke aufgelistet hier ist die quelle ja also wo die wo das programm oder das spiel aktuell installiert ist das wählen wir jetzt hier aus wir können ja mal schnell ein beispiel machen ich mache mal jetzt in meinem fall hier die system partition hier ist das vom laufwerk hier sind die anwendungen beziehungsweise die spiele habt ihr cs16 installiert auf c und das will ich jetzt auf eine andere festplatte rüber schieben quasi ja einfach markieren hier das spiel hier unten haben wir übertragen nach hier wählen wir das laufwerk wo das hin soll das neue laufwerk ich mache das jetzt mal hier einfach auf die ja auf laufwerk die hier jetzt habe ich das genau ich lasse es so stehen und dann einfach auf übertragen klicken hier sehen wir dass es schon los geht ja einfach abwarten hier sehen wir cs16 übertragen von c nach d ja wird übertragen dauert ein bisschen natürlich kommt es darauf an wie groß die anwendung ist oder das spiel halt und wir hätten vielleicht noch mal vorher schauen sollen aber gut das war vorher hier in games installiert wir sehen das ist jetzt eine verknüpfung hier ist das hat das programm ist gemacht das war hier auf c games installiert und schon ist es durch ja das ging jetzt in dem beispiel hier hat es einfach mit ok bestätigen wir brauchen ein neustart ich mache das jetzt aber später das können wir erst mal weg klicken und schon ist unser spiel hier von c nach d umgezogen ja wir sehen hier wurde einfach eine verknüpfung gestellt damit wir da nichts mehr machen müssen das spiel ist jetzt hier auf d games c es original ja genau das war es auch schon alles die verknüpfung ist noch da das funktioniert alles wie gehabt wir können das spiel einfach starten und ja so können wir weitermachen mit jeder app oder spiel die wir da umziehen und vielleicht wenn wir jetzt beispielsweise steam spiele für die zukunft fällt mir jetzt gerade noch mal ein wenn ich jetzt mein passwort hier noch kenne dann haben wir die möglichkeit natürlich was steam angeht vielleicht noch ein kleiner typ oder hinweis da haben wir natürlich die möglichkeit über steam einstellungen hier steam einstellungen bibliothek beziehungsweise downloads ja also steam einstellungen downloads hier unter steam bibliotheks ordner also den standard installations ordner zu ändern damit wir ja zukünftig die spiele direkt auf eine andere zweite festplatte oder sonst wohin installieren automatisch quasi hier können wir einfach draufklicken und verzeichnis hinzufügen irgendein laufwerk hier auswählen ja ein neues verzeichnis erstellen oder ein bestehendes auswählen je nachdem ja und so werden die spiele die wir über steam jetzt installieren direkt auf der gewünschte festplatte oder partition installiert genau das war es im prinzip aber auch schon alles jetzt was ich euch zeigen wollte ich hoffe dass ich euch weiterhelfen konnte wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach einen kommentar hinterlassen über ein like und ein abo freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal nach vorne dort oder da Vielen Dank.